So Leute, herzlich willkommen zurück. Ich wurde gebissen. Clementine wurde entführt. Das ist jetzt Episode 5. Die Zeit wird knapp. Die letzte Episode von Season 1. Die Sache ist jetzt nur, dass ich dann... Sobald die Episode rum ist, haben wir noch ein Special auf diese Spiel-CD. Okay. Beyond the Tage heißt die. Ich denke, die werde ich auch noch machen. Aber auf Gott. Ich habe natürlich keinen Plan, ob es großartig was bringen wird, aber wir werden sehen. Komisch. Irgendwie war das Beißen vorhin etwas anders. Aber egal. Wenn die das so wollen von den Entwicklern, dann wird das wohl so sein. Alter Wichser! Okay. Bin schon gespannt, welcher Spacken das ist. Dann wollen wir doch mal Clementine befreien. Aber das ist sowas von. Ja, ja. Jedes Mal dasselbe Hinweis. Ja, das ist mir klar. So, ein idyllisches Bild. Ja. Alles klar. Bro. Ja. So, irgendwoher muss ich den Typ wohl kennen. So, wer ist das nur? Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Lilly wahrscheinlich nicht. Wie fühlt sich das an? Nicht so toll. Richtig. So, ich will nur... rausfinden, wie wir hier rauskommen. Dann rausfinden, welcher Vollidiot das war. Nichts hier durch, gutes Deutsch. Was ist denn das? Weil... Ähm, wir haben irgendeinen Rippenspreiz oder so'n Scheiß. Hier haben wir gar nichts drin. Können wir nur noch... Vielleicht mal gucken, ob da oben was ist. Ob wir hier irgendwie einen Fluchtweg haben. Tun wir das Ganze mal ein bisschen spreizen. Tja... Schon wieder schwach, die arme Sau. Ah, komm, Käpt'n Schroh. Epizode 5, die Zeit wird knapp. Tolles Intro. Das ist natürlich Weltklasse. Lebt er? Lebt er? Ah, ich hoff's. Irgendwie führe ich mich so leicht im Arsch. Gut, das kann natürlich nach nem Biss sein. Ich muss es machen. Woah! Stop! Er ist awake. Er ist still bitten. So? This about trying to see him. At the very least buy him some time. Chopping his arm off. Do we know it works? We don't know anything. We know there's gonna be a lot of blood. There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Lass uns den Arm abtrennen. Scheiße, hackt ihn ab. Kommt schon, Leute. Das wird wehtun. Ach, echt? Ohne Medikamente ist das echt ein bisschen krass. Aber was tut man nicht alles, um zu überleben? Verdammte Kacke. Habt ihr wenigstens ne Axt? Oder wohl nur noch Segen? Seid ihr noch ganz bei Trost? Noch Segen? Alter, ihr seid nicht mehr ganz sauber. Schnell wäre gut, ja. Oh, scheiße. Ist er ab? Ach Gott, der ist also nicht ab. Scheiße, Mann. Ach Gott, tut das weh. Ei, ei, ei. Ne, hab ich noch? Bin ich noch da? Hallo, Leute. Ich bin noch da. Ach, das klappt schon. Ich bin ein harter Kerl. Gute Idee. Was klotzt ihr denn so? Komm, gebt Gas. Yo. Auch wenn es vielleicht ein bisschen stressig werden könnte, nur mit einem Arm. Na, was soll man machen, ne? Komm. Weiter. Immer weiter. Immer weiter rauf. Immer weiter rauf. Ach, scheiße, nee. Uh. Alles bestens, ja. Sehe ich genauso. Ja, scheiße, komm, klick dir mal ein bisschen schneller. Das ist nämlich eigentlich nur ein Arm, sich zu verteidigen. Was bedeutet, es ist ziemlich schwer. So, das haben wir schon mal geschafft. No help. Klasse. Das waren mal so Leute, die sich richtig eingesetzt haben. Hmm. Remember when Savannah was empty? Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There must be thousands of them. They didn't follow us here, did they? It sure seems like it. That's crazy. They keep track. They just roam. Is it? That fucking train wasn't exactly discreet. Clementine's out there somewhere. Gobbled up in all of them. Richtig, mitten in der Scheiße. Do whatever we have to. Look. Let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. I... Don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. Ach, what? If you think you're getting winded, or worse, you gotta let us know. And it wasn't my favorite hand anyway. Well, you haven't lost your spirit. Seriously, you know. Don't treat me any different. I got one goal, you hear me? Yeah, we do. Gut, dann. Auf. We get down and we find a little girl out there. Right, pal? Oh, yeah. Now, let's get our bearings. So, I think I only have one arm. So. We have everything here. He or she walked away from whatever accident happened. Well, that doesn't really mean much. Alles klar. Leute. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Something tells me, she's not gonna want to. Ist klar, kommen wir sind irgendwie die scheiß Glocke läuten da hinten. Irgendwie müssen wir das Ding anwerben, damit die ganze wegkommt, damit wir da hinten runterkrabbeln können. Dann die Frage, wie kommen wir an die Glocke? Ja. What's up over here? Bell Tower. That's what's up. Hm, yeah. That could help. Ja. Irgendwie schon. Irgendwie könnte der... Oh, way. It's higher than this room for starters. Äh, scheiße. Wie kommen wir nur da hinten dran? Ein Glockenturm, Glockenturm. So, vielleicht hat er eine Idee, wie wir da dran kommen. Hey. Äh, ich weiß nicht, was das Bein so macht. It's a lot better. Thanks for going into Crawford for me. Even if it wasn't entirely for me. Clementine too. She's tough as hell. Isn't she? Yeah. Don't worry more than you should about her, okay? Da. I'll see if we can make it out to that Bell Tower. Okay. Be careful, though. I don't want you to go any sooner than you have to. Tja, ich auch nicht. I think you're Clems' favorite. You know that? Really? Yeah, she's a big fan. You get away with shit, I never would. We're getting her back, Lee. You know that, right? Yeah. Ja, ja. Das hoffe ich doch, dass wir den Typen erst mal kriegen und die dann rausholen. Ja, das ist mir schon klar. Naja, die Frage, wie komme ich da hinten hin an die scheiß Glocke? Da war nicht. Da auch nicht. Das ist die Kirche über die Straße von der Mansion. Die Straße der Römer muss nur über das sein. Wir müssen zurückgehen. Wir werden nach der Mansion, wie du gesagt hast. Und sicher, dass wir nicht überraschieren. Ja. Das wäre halt schon richtig nice, ne? Ne, ich glaube, das gab es auch nicht. Aber trotzdem muss es irgendwie diesen... Eine Leiter! Die Leiter, die kann mir weiterhelfen. Stimmt, wenn es lang genug ist. Ja klar, immer. Ja. Ja. Da hast du recht. Deshalb versuche ich mal, ob ich die Leiter schnappen kann. Ah ja, kann ich. Gut. Ja. 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 Okay, so. Gute Frage. Gute Frage, aber es ist halt so, ne? Ja. Ja. Da einarmiger Bandit. Ja. 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 Ja.